Das erste Hauskraftwerk läuft noch immer und wurde nach zehn Jahren mit Notstrom nachgerüstet. Das lange Leben des ersten Hauskraftwerks. Jetzt bei Ottak, dem E3DC-Magazin. Die Auswertung mit Peter Gutendorf, Vertriebsleiter von E3DC und Ralf Ossenbrink vom Technischen Marketing hier im Hause. Denn wir senden aus Osnabrück aus dem Headquarter von E3DC. Meine Damen und Herren, um es mal gleich konkret zu sagen, es handelt sich hier bei dem angekündigten Gerät um das erste dreiphasige Gerät. Das erste einphasige Gerät hängt auch noch am Netz. Unsere Zuschauer haben beide Geräte kennengelernt. Unten in der YouTube-Beschreibung finden Sie den Link zu den beiden Filmen. Herr Gutendorf, wir waren beide vor Ort und haben gesehen, das erste Hauskraftwerk ist voll in Betrieb. Und der Kunde hat sich gefreut. Er wusste gar nicht, dass er das erste dreiphasige Gerät hatte. Ja, das liegt an der Seriennummervergabe. Ich habe damals gesagt, lass uns mal mit Nummer 50 anfangen. Das schafft ein bisschen Vertrauen. Und er hat tatsächlich die Nummer 50. Also definitiv das erste dreiphasige Gerät. Und er hat aber gedacht, er hätte das 50. Wir konnten kaum filmen, weil aus den Augen von Herrn Gutendorf kamen so rote Herzen heraus, als er das Gerät gesehen hat, dass der ganze Raum voll mit roten Herzen war und wir gar nichts sehen konnten. Wie ist das denn für Sie? Sie sind mitgegangen und sehen das erste dreiphasige Gerät voll am Leben, voll in Saft und Kraft. Das werden wir gleich noch berichten. Wenn man sieht, Mensch, nach zehn Jahren ist so ein Gerät noch in Betrieb? Ja, so muss es ja sein. Aber es ist natürlich schon ein gutes Gefühl, wenn man das dann tatsächlich sieht und auch mit dem Kunden spricht. Der hat ja auch dann gesagt, er hatte nie irgendwelche Probleme mit diesem Gerät. Das hat einfach jetzt zehn Jahre lang seinen Dienst getan. Das ist natürlich schon ein schönes Gefühl. Und dann weiß man irgendwie, ja, das, was wir versprochen haben, ist irgendwie eingetreten und haben vielleicht was richtig gemacht. Den Vogel haben wir ja vor Ort abgeschossen, als Herr Prechtel sagte, Mensch, damals hatte ich noch keinen Notstrom, wollte ich gar nicht. Aber jetzt in der aktuellen politischen Lage hätte ich gerne die Sicherheit. Und dann haben wir es nachgerüstet innerhalb von fünf Minuten. Hier, genau hier, lebt der erste Kunde des ersten S10e Hauskraftwerks. Ja, Serie Nummer 50. Wir sind immer mit 50 angefangen zu nummerieren. Und tatsächlich das erste, die erste E-Serie, das erste dreiphasige Gerät, was wir gebaut und verkauft haben, steht tatsächlich hier. Das wussten wir gar nicht bis zum heutigen Tage, bis der Herr Pichler angerufen hat, dass das das erste ist. Das freut uns und ich kann nur sagen, es hat vom ersten Tag bis heute immer störungsfrei funktioniert. Unser Sport ist eigentlich immer mehr als doppelt so viel Strom zu erzeugen, als wir vom Versorger wieder einkaufen, weil dann kostet es ja nichts faktisch, weil wir ja fürs Einspeisen 15 Cent bekommen und fürs Zurückkaufen um die 30 Cent bezahlen müssen. Und es ist immer problemlos gelaufen? Es ist immer problemlos gelaufen. Es gab nie irgendwelche Störungen. Zehn Jahre ist es jetzt alt, ne? Ja. Ja, unglaublich. Zeit vergeht. Sehr schön. Ja. Und sieht auch gut aus, wie neu. Gut gepflegt. Kann man ein über zehn Jahre altes Hauskraftwerk mit der Notstromfunktion hier erfolgreich nachrüsten? Aus aktuellem Anlass haben wir uns Gedanken gemacht, ob eine Notstromfunktion nachrüstbar wäre, weil wir ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, wenn der Strom ausfällt. Ja, grundsätzlich müsste das nachrüstbar sein. Sie haben ja das dreiphasige Gerät. Die haben ja alle die gleiche Software. Von der Software muss es funktionieren. Wir können hier mal reinschauen. Genau, das ist der Schalter, der im Notstromfall das Netz wegtrennt. Daneben ist Platz. Die Anschlüsse sind vorgesehen. Da muss also nur der Motorschalter hin, der diesen Automatismus herstellt. Der wird eingelesen und damit ist die Funktion dann freigeschaltet. Aus gegebenen Anlass haben wir natürlich einen Motorschalter mit dabei. Hast du noch im Handschuhfach? Ja, einen hatten wir noch. Dann schauen wir mal, ob wir das bei diesem Gerät so machen können. Der ganze Vorgang dauert fünf Minuten. Und dann kommt der Test, ob es funktioniert. Am Sicherungskasten wird alles ausgeschaltet und damit ein Stromausfall simuliert. Und dann reagiert das Hauskraftwerk. Die Notstromfunktion schaltet sich automatisch ein. Es funktioniert auf Anhieb. Das Haus läuft reibungslos im Notstrombetrieb. Gleich beim ersten Test. Ist natürlich schon stark, dass das erste Gerät so heute das wahrscheinlich letzte Gerät ist. Das jüngste Gerät, was die Nachrüstung betrifft. Und das funktioniert auf Anhieb. Ja, war cool. Und ich denke, dass auch viele Kunden das inzwischen so verstanden haben. Dass wir also in dieser E3-DC-Welt auch uns bemühen, dass man so lange wie möglich nachrüsten kann. Und sein Gerät eigentlich nie ein altes Gerät ist. Sondern dass man es immer wieder aktuell halten kann. Diese Geschichte schreibt E3-DC mit neuen Geräten fort. Die Energiewende geht weiter. Sie haben es ja gesehen. Der Stecker oder die Buchse, wo man tatsächlich den Motorschalter nachrüsten konnte, der war ja da direkt drin. Das wurde darauf gesetzt. Und das müssen Sie uns so glauben, wie ich es Ihnen jetzt sage. Beim ersten Test hat die Notstromfunktion sofort funktioniert. Damit hat ja Peter Gutendorf gar nicht gerechnet nach zehn Jahren, dass das sofort geht. Aber Herr Gutendorf, so war es. Der Notstromnachrüstung nach zehn Jahren funktionierte sofort. Ja, habe ich auch mit gerechnet. Kann ich sagen. Sie waren so euphorisch. Sie waren selber überrascht. Geben Sie es zu. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, das muss funktionieren. Und wir sollten es direkt ausprobieren. Dass dieser Test gleich vor laufender Kamera erfolgte, das hat natürlich etwas den Nervenkitzel erhöht. Aber ich war mir schon sicher, technisch muss es funktionieren. Und so war es ja dann auch. Das hat uns beide vor Ort total euphorisiert in dem Moment, dass das irgendwie funktioniert. Und meine Damen und Herren, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe versucht, darüber nachzudenken. Habe ich ein Gerät zu Hause, was ich nach zehn Jahren Benutzung noch nachrüsten kann mit irgendwas? Ich kriege ja die Geräte nach zehn Jahren nicht mal repariert. Und hier konnte das nachgerüstet werden? Hat das funktioniert? Und das ist, glaube ich, schon, Herr Gutendorff, eine einmalige Situation, dass man tatsächlich für ein zehn Jahre altes Gerät überhaupt nochmal ein Bauteil bekommt, dass man es nachrüsten kann und dass es funktioniert. Ich finde das wirklich besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist es wohl auch im allgemeinen Umfeld ist es wohl auch besonders. Aber wir haben das einfach so designt, dass wir gesagt haben, naja, das ist alles eine große Familie, diese ganzen Geräte. Und alles muss irgendwie so gut es geht zusammen funktionieren und so lange und so gut es geht dann auch erweiterbar und ergänzbar sein. Und jetzt haben wir gezeigt, dass das funktioniert hat. Herr Ossenbrink, meine Damen und Herren, habe ich ja vorgestellt vom technischen Marketing bei E3DC. Und jetzt versuche ich Ihnen mal eine schwierige Frage zu stellen. Herr Ossenbrink, Sie sind der Herr über die Datenblätter. Sie kann man ja nachts um drei Uhr wecken und sagen Datenblatt, SCNSE, was steht da drin? Könnten Sie vorbeten. Wie ist das eigentlich bei E3DC technisch angelegt? Ist das technisch überhaupt vorgesehen, dass man zehn Jahre alte Geräte noch nachrüsten kann oder darf? Oder sagen Sie als Hersteller, nee, dafür sind die Geräte eigentlich nicht mehr vorgesehen nach so vielen Jahren? Ich muss jetzt zwei Antworten geben. Also erstmal bin ich überhaupt nicht der Herr der Datenblätter. Das sind natürlich die Technikexperten im Hintergrund. Ich bin eher die Schnittstelle zwischen den Technikern und den Grafikern, den Gestaltern, die Informationen hin und her zu schieben und dafür zu sorgen, dass die Datenblätter aktualisiert werden. Also um das nur klarzustellen. Die technische Kompetenz steht mir gar nicht zu. Was die Nachrüstung angeht, wir haben ja hier ein dreiphasiges, das erste dreiphasige Gerät der E-Serie. Das ist ja vom Grundkonzept her schon komplett durchdesignet für die Notstromnutzung, für den Inselbetrieb. Und was bei Herrn Prechtl gefehlt hat, war der Motorschalter, den man einfach braucht, den er damals noch nicht brauchte, wollte, nicht mitbestellt hat, was auch immer. Der aber eben ein notwendiges Bauteil ist, um die Notstromfunktion dann wirklich nutzen zu können. Und an solchen Stellen sind wir selbstverständlich nachrüstfähig, weil wir ein technisches Konzept haben, das man zurückverfolgen kann. Und ein solches Bauteil ist natürlich weiterhin verfügbar, wird auch für neuere Kraftwerke, Hauskraftwerke jederzeit verfügbar sein, für alle, die sich zunächst noch nicht entscheiden konnten, diese Notstromfunktion auch wirklich nutzen zu wollen. Normalerweise gibt es ja mal riesige technische Einschränkungen, nur möglich ab, bis und so weiter können wir gewährleisten und so weiter. Gibt es irgendwie eine technische Einschränkung aus dem Hause E3DC zu sagen, naja, wenn Ihr Gerät zwölf Jahre alt ist, dann können wir wirklich nicht mehr nachrüsten oder sagen Sie als Hersteller, nein, wir können das? So ehrlich sollte man sein. Es gibt bestimmte Dinge, die man realistisch nicht nachrüsten kann. Wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Gerät sehen, die erste E-Serie mit 3 kW Lade- und Entladeleistung. Die E-Serie ist später aufgerüstet worden auf 4,5, weil da andere Wandler drin sind. Und solche Wandler nachträglich umzubauen, wäre sicherlich komplett unwirtschaftlich und auch nicht machbar. Und da muss man dann einfach zugeben, der frühe Kunde hat dann eben diese etwas geringere Leistung und kann an der Stelle nicht von der Weiterentwicklung profitieren. Er kann aber, und das werden wir später, glaube ich, in der Sendung auch nochmal thematisieren, er kann durch das Energiefarming immer sein bestehendes Hauskraftwerk durch ein weiteres ergänzen und dann mehr PV-Leistung, mehr Speicherkapazität und natürlich auch mehr Leistung im Netzparallelenbetrieb nachrüsten. Und das ist das Geniale. Aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, die sich weiterentwickeln und die auch über die Software, über die ständigen Software-Updates später nicht mehr nachzurüsten sind, weil es einfach die Hardware betrifft und da gibt es dann physikalische Grenzen. By the way, dieses Gerät hat immer noch die aktuelle Software von E3DC. Da ich ein bisschen konzeptions- und konfuser Moderator bin, möchte ich etwas sagen, was ich vielleicht im Verlauf der Sendung sonst vergesse. Ich wollte das generell hier einfach mal sagen, weil mir das ein wichtiger Punkt ist. Wenn Sie ein Gerät haben, was Sie so langfristig nutzen können und auch nachrüsten können, dann ist das eine ökologische und eine ökonomische Komponente. Vielleicht mag man irgendwelche anderen komischen China-Stromspeicher preiswerter kaufen können als ein Hauskraftwerk von E3DC. Aber die Ökonomie dieser Geräte liegt schlicht und ergreifend in der langfristigen Nutzbarkeit. Und ich sage Ihnen, ich gehe in die Keller der Leute. Ich sehe tote Stromspeicherkäfer auf dem Rücken liegen, die eigentlich funktionieren, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kompatibel sind, die nicht nachrüstbar sind. Und ich prophezeie Ihnen, dass viele, viele Geräte ihre Amortisation weder ökologisch noch ökonomisch erreichen werden, weil irgendwo eine neue technische Komponente entwickelt wird und das alte Gerät sozusagen nicht nachrüstbar ist. Oder wie hier, was Herr Ostenbrink sagte, in den Serverbetrieb reingenommen werden kann. Und deshalb glaube ich, dass auch ökonomisch das die bessere Lösung ist, weil Sie einen langfristigen Betrieb haben können und weil Sie nachrüsten können. Und so viel Geld können Sie gar nicht woanders sparen, wenn Sie woanders nachkaufen müssen. Und jetzt, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen, wie gut dieses alte Hauskraftwerk läuft. Herr Ostenbrink, Sie haben einen kleinen Überblick zusammengestellt. Ja, genau. Wir starten mal mit ein paar objektiven Fakten. Über die Seriennummer und ihre Vorgeschichte haben wir ja eben schon gesprochen. Installiert wurde das Gerät 2013. Damit kann es eben nicht das erste, absolut das erste Hauskraftwerk sein. Das wurde 2012 installiert, aber eben die erste dreiphasige E-Serie. Das Gerät wurde damals schon mit vier Batterien ausgestattet, die in der ersten Generation dann zusammengerechnet auf 8,2 Kilowattstunden nutzbare Kapazität kommen. Das wäre heute sicherlich mehr. Die PV-Leistung kann man jetzt einfach so sagen, naja, 12 kW Peak sind schön und gut. Ist aber so ein bisschen ein Anlass, mal in die Geschichte der PV zurückzublicken. Man hat offensichtlich im Jahr 2012, 2013 noch frohen Mutes einfach mal so ein Dach vollgemacht mit 12 kW Peak. Denn viel mehr Module hätten hier nicht draufgepasst. Das sind 48 Stück. Müssten rechnerisch 240, 245 Watt-Module sein. Da würde man natürlich heute bei gleicher Belegung etwas mehr Leistung erreichen. Aber zwischenzeitlich nach der unseligen Einführung der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch hätte man wahrscheinlich nur 9,9 kW Peak gebaut. Heute ist man wieder freier in der Gestaltung der PV-Anlage und würde möglicherweise heute 15, 16, 17 kW Peak auf dieses Dach bekommen. Was bemerkenswert ist, ist der Strombedarf der Familie mit 8.400 Kilowattstunden ohne Wärmepumpe und ohne Elektroauto. Da spielt wohl eine Sauna eine Rolle, die man des Öfteren genießt, was ich gut nachvollziehen kann. Da man das gerne im Winter tut, wird das natürlich nicht immer nur mit der Sonne möglich sein. Ansonsten ist es eine vollständige Familie oder eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern. Da kommt einfach einiges an Strom zusammen. Und wir gehören auch nicht zu denen, vor denen man sich für den Stromverbrauch unbedingt rechtfertigen muss. Nein, wir unterstützen eher die optimale Eigenversorgung mit Solarstrom. Ein Blick auf die Erzeugung, die liegt durchschnittlich ungefähr bei 12.000 Kilowattstunden. Das ist also ein ganz guter Standort, das ist auch eine Südausrichtung. Damit liegt die Familie Prechtel ja ungefähr bei dem 1,5-fachen des eigenen Bedarfs, was ungefähr schon so der Marschroute entspricht, die E3-DC immer herausgibt. Erzeuge das 1,5- oder besser noch das Zweifache des eigenen Bedarfs, dann bist du bei einer relativ hohen Autarkie. Der Eigenstrom, also die selbst aus der Sonne gezogene oder aus der Batterie gezogene Energie liegt bei ungefähr im Schnitt 4.600 Kilowattstunden pro Jahr. Damit kommt er im langjährigen Schnitt auf 55 Prozent Autarkie. Und wir werden gleich auch noch erörtern, dass dieser relativ scheinbar geringe Wert etwas mit der begrenzten nutzbaren Kapazität des Hauskraftwerks zu tun hat, die damals in dieser ersten Generation einfach so war. Hätte er damals gar nicht mehr Batterien machen können. Heute würden wir sagen, naja, 12 kW Peak-Anlage, 8 Kilowattstunden Speicher ist zu wenig Speicher. Damals gab es ja noch gar keine Batteriebox oder den ganzen Kram, ne? Das stimmt. Also diese erste Generation war, Peter, korrigiere mich, wenn das falsch ist, mit vier Batterien voll ausgestattet und wurde dann in der Regel mit kleineren PV-Anlagen und auch bei kleineren Bedarf eingesetzt. Sechs Batteriemodule hätten wir reingekriegt. Ja? Okay, dann kenne ich die Historie. Natürlicherweise nicht so. Ja, genau. Aber jetzt nach zehn Jahren ist es natürlich da zu spät, einfach nachzurüsten. Das müsste man jetzt anders machen, aber da kommen wir sicher gleich noch zu. Herr Hosenbrink, wie ist denn das Gerät zehn Jahre lang gelaufen? Wir werfen mal einen Blick auf zwei exemplarische Jahre. Und zwar das erste vollständige Betriebsjahr, das wir betrachten können, 2014. Und das bis jetzt letzte vollständige Betriebsjahr, 2022. Wenn man ganz von Ferne guckt, sieht das sehr ähnlich aus. Das ist auch kein Wunder. Es sind die üblichen Kurven, Ruhe, Erzeugung, Netzeinspeisung im Sommer, entsprechend wenig im Winter. Aber allein die Tatsache, dass wir hier in den kältesten Wintermonaten auch Netzeinspeisung haben, zeigt schon, dass der Speicher ein bisschen klein ausgelegt ist im Verhältnis zur PV-Leistung. Was ich bemerkenswert finde, ist, wir haben eine Batterieentladung in Summe über ein Jahr 2014 von 1832 Kilowattstunden. Und neun Jahre später, ne, acht Jahre später, eine deutlich höhere Summe von 2225. Jetzt werden die Batterien natürlicherweise nicht physikalisch besser geworden sein, sondern der Kunde hat offensichtlich über die Jahre gelernt, die Batterie noch gezielter einzusetzen. Er hat einfach gelernt, bestimmte Verbräuche vielleicht auch in die Entladezeit zu legen, ein bisschen drauf zu achten, die Batterie auch optimal zu laden. Anders ist das nicht zu erklären, dass in einem so viel späteren Betriebsjahr die Batterieentladeleistung übers Jahr betrachtet so viel höher ist als in dem ersten. Wir haben aber auch öfters die Situation, dass wir tatsächlich solche Schwankungen haben, auch im Verbrauch. Wir haben manchmal Fälle, wo plötzlich im Jahr 3000 Kilowattstunden weniger Strom verbraucht wird, also zum Beispiel in der Sektorenkopplung. Ja, aber da spricht jetzt hier die Betrachtung über die Jahre gegen. Der gemittelte Verbrauch liegt bei über 8000 Kilowattstunden und die Schwankungsbandbreite ist nicht groß. Also wenn man überlegt, dass das zehn Jahre lang läuft, in zehn Jahren ändern sich natürlich jede Menge Lebensumstände. Dann wundere ich mich sowieso, dass die Kurven eigentlich noch sehr ähnlich aussehen. Ja, die Frage ist oder der Verdacht besteht, dass die Batterie, der scheint ja eigentlich ganz gut zu gehen. Ja, sie wird ihre natürliche Degradation haben, die unvermeidlich ist. Das wissen wir ja aus der Beobachtung von Zehntausenden von Batterien, die teilweise eben ein, zwei, drei Jahre oder eben auch viel länger in Betrieb sind. Die große Masse ist natürlich erst in den letzten Jahren dazugekommen. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Batterie sich eben im Normbereich bewegt und einfach sehr, sehr gut eingesetzt wird. Wir haben ja gesehen, im ersten Betriebsjahr auf der folgenden Grafik sind über die Batterien 1744 Kilowattstunden entladen worden und im letzten Jahr 2079 Kilowattstunden. Es gibt eine Batteriedegradation. Das scheint der Batterie hier aber nichts auszumachen, weil die Batterie voll arbeitet. Ich würde mal behaupten, wir haben ja hier einen Verlauf über viele Jahre. Der höchste Wert sind knapp 2300 Kilowattstunden. Das ist wahrscheinlich so ziemlich das Maximum, was man mit der Ausstattung erreichen kann. Ich habe auch mal grob überschlagen, wie viel Vollzyklen das im Schnitt bedeutet. Wenn wir jetzt aus den Jahren, die hier aufgelistet sind, einen Mittelwert bilden und den einen Kilowattstunden pro Jahr und den einmal durch die nutzbare Kapazität teilen, dann wären das ungefähr 240 Vollzyklen pro Jahr. Das ist ein relativ hoher Wert. Es gibt sicherlich auch Kunden, die bei 200 oder sogar darunter liegen. Das heißt, die Batterie wird hier schon ordentlich beansprucht. Sie wird auch oft wirklich entleert. Sonst wäre diese hohe Zahl an Vollzyklen nicht möglich. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass so 2300 Kilowattstunden pro Jahr das Maximum sind, dann hat es eben zu Anfang Jahre gegeben, wo man das einfach nicht ausgeschöpft hat. Ja, und vor allen Dingen, was interessant ist, wie immer, wir haben die Kontinuität in der Produktion. Das sieht man. Also wir können ja auch sagen, auch die PV-Anlage liefert über die Jahre unverändert gut ab. Also bei der PV-Erzeugung ist es nicht überraschend, dass wir da immer noch eine hohe Leistungsfähigkeit haben. Die Module degradieren in den ersten zehn Jahren auch ein wenig, aber das ist kaum spürbar in der Bilanz. Da machen die Wetterschwankungen eigentlich mehr aus, wie man sieht. Das eine Jahr liegt bei über 12.000 Kilowattstunden. Es gibt auch Jahre, die nur bei 11.500 ungefähr liegen. Und die PV ist also offensichtlich in ihrer Leistungsfähigkeit noch überhaupt nicht eingeschränkt. Und wir haben eben, wenn man den gemittelten Verbrauch einfach als rote Linie mal durchzieht, sehen wir, dass wir durchschnittlich immer etwa beim 1,5-fachen in der Erzeugung sind in Relation zum Verbrauch. Und damit hat der Herr Prechtel damals schon eine PV-Anlage gebaut, die eben ihn bilanziell sowieso autark macht. Die bilanzielle Autarkie ist an sich nicht viel wert. Wir wollen ja eine echte Autarkie erreichen. Aber er hat schon eine wirklich weit über den Bedarf hinausgehende Erzeugung durchgängig. Was man mal festhalten muss, ist, was man hier sieht, ist, dieses System läuft seit zehn Jahren kontinuierlich durch mit relativ ähnlichen Werten. Also kann man abschließend sagen, populär gesagt, Herr Ossenbrink, hier schwächelt gar nichts an dem System. Nein, es ist großzügig ausgelegt von der PV. Es ist sehr gering aus heutiger Sicht ausgelegt, was die Speicherkapazität angeht. Aber damals hat man das so gemacht. Es war ja auch noch ein etwas anderes Investment als heute, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Und die Batterie-Performance ist sicherlich gut. Aber die Autarkie-Werte liegen eben in einem Bereich, den man heute besser hinbekommen würde. Wir beschäftigen uns gleich noch ein bisschen mit der Batterie. Wir haben noch eine tolle Folie. Aber Herr Gutendorf, muss ich mit Ihnen kritisch ins Gericht gehen? Das System läuft seit zehn Jahren kontinuierlich durch. PV bringt die Leistung, Hauskraftwerk funktioniert, kein Reparaturbedarf, den der Kunde bezahlen muss. Batterie muss nicht ausgetauscht werden. Der Kunde sieht keinen Grund, neues Hauskraftwerk zu kaufen, will das Gerät weiter betreiben, hat keine weiteren Wünsche. Herr Gutendorf, als Hersteller, als Vertriebsleiter haben Sie alles falsch gemacht. Sie wollen ja auch mal neue Geräte verkaufen. Ja, aber die Alten dürfen ja gerne weiterlaufen. Also man muss vielleicht bei dem Kunden jetzt ein bisschen Bedarf wecken, dass er nachrüstet. Aber wir haben noch, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals irgendwelche Geräte, die noch ihren Dienst tun, ausgemustert wurden. Sondern da hat man halt irgendwas dazu gerüstet. Und das funktioniert ja auch immer. Und da kann man jetzt natürlich durchaus drüber nachdenken. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube einfach zehn Jahre, das ist ja echt eine lange Zeit. Und da sind auch Kinder, die sind mittlerweile zehn Jahre älter. Und die haben wahrscheinlich damals noch schön tagsüber, als die Sonne schien, ihre Hausaufgaben erledigt. Und jetzt sitzen sie vielleicht nachts vorm Computer. Da muss die Batterie natürlich ein bisschen mehr leisten. Und das wäre vielleicht der richtige Angriffspunkt nochmal zu sagen, da muss vielleicht ein bisschen Batteriekapazität dazu gerüstet werden. Jetzt wollen sie doch was verkaufen. Aber man muss ja ganz klar sagen, andere Hersteller, liest man immer wieder, bauen bei Waschmaschinen Geschirrspüler ein, dass sie nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren kaputt sind. Also wir stellen hier fest, dass es damals bei der Konstruktion bei Hauskraftwerken versäumt wurde, mit einzubauen. Das kann man so sehen. Aber das war uns schon wichtig, dass die wirklich lange leben. Ich glaube, wir sind alle, die das schon lange machen bei uns, sind doch sehr glücklich, dass das auch jetzt eintritt und sich bewahrheitet. Ja, was sehr, sehr cool ist. Wir sitzen ja immer hier und sprechen Empfehlungen aus. Ja, was könnte man noch besser machen und so weiter. Und wir reden hier über ein altes System, dem wir jetzt Verbesserungen vorschlagen können, ohne das Gerät ausbauen zu müssen oder sonst was zu machen. Weil der gute alte Auswertungsprofi Ralf Ossenbrink sagt jetzt, die Netzeinspeisung ist viel zu hoch. Roton Ossenbrink wäre jetzt, hier wäre noch Luft für ein Elektroauto, Herr Ossenbrink? Grundsätzlich ja. Das hängt natürlich vom Nutzungsprofil des Fahrzeugs ab, weil wir haben hier keine Batterieausstattung, die einen Shiften ermöglichen würde. Also ein Laden des Autos aus der Batterie. Die Batterie ist mit dem Haushaltsstrom schon mehr als ausgelastet. Wenn aber ein Fahrzeug tagsüber bei schönem Wetter zu Hause stehen würde, dann hätte man die Möglichkeit, sozusagen die Batterieerweiterung übers Auto zu machen, wenn man so will. Ich möchte aber zur Einspeisung sowieso noch was sagen. Wir haben hier, wenn man einfach die rote Linie mit dem gemittelten Verbrauch und die blauen Balken der Einspeisung nochmal anschaut, dann haben wir so grob über den Daumen eigentlich immer eine Einspeisung, die etwa zwei Drittel dessen ausmacht, was selbst verbraucht wird, des Gesamtverbrauchs wohlgemerkt. Und das zeigt einfach, dass wir hier eigentlich noch ein Potenzial haben für Eigenstromnutzung, sei es durch das zusätzliche Elektroauto oder sei es durch eine, wenn in diesem Fall auch komplex auszubauende Batteriekapazität. Das Tolle ist ja, dass wir wirklich auf zehn Jahre Betriebszeit zurückgehen können. Und also diese Grafik von Herrn Ostenbrink hat jetzt wirklich eine Erotik, weil man einfach sieht, wie wunderschön die Batterie die Autarkie hochtreibt und wie gut das System über all die Jahre funktioniert hat. Ja gut, wir haben eine gewisse Bandbreite eben im Autarkiegrad, aber mehr als etwas über 60 Prozent im absoluten Spitzenjahr 2019 ist eben nicht erreicht worden. Im Mittel sind es 55 Prozent, fast auf den Kopf. Das ist die Autarkie, die jetzt mit dieser Batterieausstattung und mit der PV-Anlage möglich ist. Der Eigenstrom, der Anteil der Batterie am Eigenstrom schwankt zwischen knapp 40 und in der Spitze knapp 48 Prozent. Das ist im Grunde eine Korrelation, die man auch erklären kann. Die Batterie kann aufgrund ihrer Größe nicht noch mehr zum Eigenstrom beitragen. Der Rest des Eigenstroms ist eben direkte Solarstromnutzung, die sowieso stattfindet, die auch sinnvoll ist, die auch gut ist. Eine größere Batterie würde eben in den dunklen Zeiten des Tages noch mehr Netzeinspeisung zurückhalten und dann in den Eigenstrom bringen. Das ist eben theoretisch eine Zukunftsaufgabe, die man hier noch angehen kann. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, wir haben ja hier den Verlauf von 2014 bis 2022. Und der prozentuale Anteil und auch der absolute Anteil der Batterie am Eigenstrom ist in den letzten beiden Jahren, 2021, 2022, sogar höher als in den ersten beiden Jahren. Und damit komme ich auf den Anfang zurück. Die Batterie ist natürlich nicht in ihrer Leistungsfähigkeit gestiegen. Die muss degradiert sein wie jede andere Batterie, auch in einem gewissen, ganz normalen Rahmen. Aber sie ist eben offensichtlich klüger und gezielter eingesetzt worden, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Ja, das Herr Gundendorf ist für mich eben auch so ein Zeichen. Wir reden immer von Messwerten und wir reden immer von, ja, da noch zwei Prozent mehr und da noch und so weiter. Wir sehen hier, dass Messwerte nicht alles sind. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Batterien rausnehmen würden oder wir würden jetzt mal hier einen richtigen Test machen und dann würden wir sicherlich eine Degradation feststellen irgendwie. Aber wir stellen ja hier fest sozusagen, im praktischen Betrieb spielt das eigentlich gar keine Rolle. Die Batterie liefert heute mehr als früher zur Autarkie bei. Und da muss man einfach mal sagen, Theorie und Praxis sind noch ein paar Unterschiede, indem man sagen muss, die Geräte sind im Einsatz. Es kommt jetzt überhaupt nicht darauf an. Und das zeigt uns dieses Beispiel ja, ist die Batterie eine Degradation von 80, 85 oder was hat sie noch? Ist uns eigentlich im Prinzip im Betrieb hier wurscht? Ja, also grundsätzlich, da muss ich Ihnen recht geben, grundsätzlich stimmt das natürlich schon. Die Batterie tut ihren Dienst, sie tut das gut und man stellt nicht fest, dass sich irgendwas verschlechtert hat. Letztendlich rein rechnerisch sind natürlich, wenn sie zehn Prozent degradiert ist, könnte man zehn Prozent mehr aus der Batterie rausholen, wenn sie jetzt fabrikneu wäre. Ist sie aber nun mal nach zehn Jahren nicht. Und ich finde auch, in dem Betriebsmodus, wo sie betrieben wird, tut sie wirklich gut ihren Dienst. Und da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Sie scheint völlig in Ordnung zu sein. Also würde man überhaupt nicht sagen, tauscht irgendwas auf, sondern man lässt es weiterlaufen. Man muss einfach auch mal sagen, da kommen wir als letzten Punkt noch drauf, was würden wir heute machen? Denn die technische Entwicklung ist ja weitergegangen. Aber hier wäre ja fast so ein bisschen klar, so ein bisschen kann man optimieren. Aber man muss einfach mal sagen, wenn man ein so gutes funktionierendes System hat, ich habe es vorhin angedeutet, dann kommt man mal auch in die Amortisation. Und jetzt kommt dieses Gerät, jetzt wird dieses Gerät, jetzt wird man sagen, das Gerät mag vielleicht veraltet sein, könnte noch mehr machen und was weiß ich alles. Aber jetzt in der Weiternutzung wird das ja ökologisch und ökonomisch so richtig rentabel. Ja, genau. Also wenn man es betriebswirtschaftlich sehen würde, wäre das Gerät sicherlich abgeschrieben und jetzt erwirtschaftet es einfach nur noch ein Plus. Und klar, jetzt ist es wirklich rentabel. Sowohl für den Geldbeutel als auch letztlich für die Umwelt, weil die graue Energie, die hat es ja inzwischen, denke ich, wohl eingespielt. Eine Frage, die ich Herrn Ostenbringstel immer stellen wollte. Selbst wenn wir bei einer Batterie eine Degradation haben auf 60 Prozent, müssen wir die Batterie ja nicht rauswerfen. Wenn ich dann tatsächlich irgendwann mehr Speicher brauche, dann lasse ich die alte Batterie dran, gehe in den Serverbetrieb und hänge mir irgendwie ein neues Hauskraftwerk oder ein kleines Hauskraftwerk irgendwie rein. Also dadurch, dass ich sozusagen das Gerät in den Serverbetrieb nehmen kann, gibt es da gar keine Situation, wo ich sagen muss, eine Batterie von 60 Prozent muss verschwinden. Da muss ich schon ein bisschen widersprechen. Also wir können jetzt die Batteriesendung, die Sie ja mal mit Herrn Dr. Beuse gemacht haben, hier nicht wiederholen. Allein schon, weil ich diese ganzen Dinge gar nicht im Kopf habe. Aber was wichtig ist zu betonen, die 80 Prozent Grenze ist eine Garantiegrenze. Da ist die Garantie von E3DC immer zehn Jahre lang werden 80 Prozent der nutzbaren Kapazität nicht unterschritten. Die 60 Prozent sind übrigens auch eine Zahl, die so in der Welt rumschwirrt, die man vielleicht nicht so ganz hundertprozentig ernst nehmen muss. Aber das ist so die Richtung, wo die Batterie in den Zustand kommt, den man als End of Life bezeichnet, wo sie also wirklich dann so weit degradiert ist, dass ihr Weiterbetrieb keinen Sinn mehr macht und sie dann eben ins Recycling muss. Und wenn ich das richtig rekapituliere, liegen wir inzwischen durch die Batterieanalytik, können wir relativ sicher sagen, dass die Batterien durchschnittlich auch nach 15 Jahren die 80 Prozent noch gar nicht erreicht haben. Und dass man sie zumindest, auch wenn sie dann irgendwann unter die 80 Prozent kommen, die Garantie ist ja dann sowieso abgelaufen, dass sie dann immer noch einige Jahre weiter betrieben werden können, bis hin zu 20 Jahren. Und dann kommt natürlich irgendwann auch das kalendarische Lebensdauerende der Batterie. Insofern muss man sagen, die 60 Prozent sind irgendwo so ein Orientierungswert als End of Life. Bis dahin kann man sie betreiben. Wie lange das dann tatsächlich dauern wird, kann man jetzt hier so aus dem Stand nicht sagen und kann man auch nicht generell für jede Batterie sagen. Dieses Gerät hat ja noch nicht mal zehn Jahre Garantie gehabt. Die ersten Geräte, Herr Kundendorf, hatten sieben Jahre oder so, ne? Ja, mit sechs Jahren sind wir mal gestartet, glaube ich. Sechs, sieben Jahre, also das ist schon länger aus der Garantie praktisch raus. So, Herr Vertriebsleiter, da steht es drauf. Was würden Sie ihm heute verkaufen bei seinem Haus? Naja, also er erzeugt ja genügend Energie, um sich gut zu versorgen, wenn er nicht mehr Verbrauch hat als derzeit. Aber wir sehen schon, dass die Batteriekapazität tatsächlich, ja, grenzwertig klein ist. Also die Batterie wird jede Nacht entleert komplett. Und wenn man jetzt die nächste Maßnahme, die man empfehlen würde, wäre, denke ich, die Batteriekapazität zu erhöhen. Wir können bei einem zehn Jahre alten Gerät nicht mehr einfach Batteriemodule reinstellen. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen müsste man jetzt ins Farming gehen und eigentlich noch ein zweites Gerät ergänzen. Und da halt durch dieses zweite Gerät die Batteriesituation dann halt deutlich entschärfen. Dann kommt man, da kann man von ausgehen, deutlich höher in der Autarkie und auch in der Eigenstromnutzung, weil genug Energie wird ja erzeugt. Aber so kann ich halt, dann könnte ich dann im Verbrauch etwas mehr abdecken. Hausenbrink hat ja eine große Photovoltaikanlage, er produziert ja viel Strom. Wenn wir das jetzt so machen, wie Herr Gutendorf vorschlägt, dann könnte man sogar überlegen, das Haus in die Sektorenkopplung zu holen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, das Elektroauto wird, so wie ich den Kunden einschätze, ohnehin eines Tages ein Thema werden. Den Strom hätte er dafür schon, aber er hat vielleicht nicht das Nutzungsprofil, um den Strom auch wirklich ins Auto zu kriegen. Also wäre dann eine Ergänzung mit einem weiteren Hauskraftwerk. Ob jetzt man eine aktuelle Lösung mit dem SE zum Beispiel macht oder eine in die Zukunft gerichtete Lösung mit einem SCNM, wo dann gleich Bidirektionalität und DC-Ladung und so weiter möglich wären, das wäre zu diskutieren. Aber grundsätzlich wäre ein konsequenter Weg in die Sektorenkopplung mit der jetzigen Bestandslösung nur bedingt möglich und mit einem Energiefarming nahezu perfekt. Ich muss Sie leider ermahnen, Sie sollen nicht Aspekte bringen in der Sendung, die ich großartig als eigenständige Moderationsleistung präsentieren möchte. Muss ich leider rausschneiden, die Passage, Herr Ossenbrink. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber in der Tat, Sie haben es angedeutet. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird es zum Schluss der Sendung nochmal richtig cool. Wir haben ja viele Hauskraftwerke, Nutzer, die wirklich seit zehn Jahren dabei sind oder seit acht Jahren oder seit sieben Jahren. Und jetzt taucht am Horizont die Bidirektionalität auf. Und jetzt wird es richtig gut. Jetzt kann man eigentlich sagen, könnt ihr euch überlegen, noch ein bisschen abzuwarten. Die ersten Lösungen sind ja jetzt tatsächlich schon da. Aber ihr behaltet das Halterhauskraftwerk und holt die Bidirektionalität nochmal rein. Das heißt, mit eigentlich relativ wenig Aufwand kann das alte System weiter genutzt werden und man holt das Haus in diese Bidirektionalität rein. Und das können Sie vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, was das SCNM bedeutet, was man dann eigentlich machen könnte. Ich möchte auch zur Verdeutlichung ganz klar sagen, wir haben ja noch in der Bidirektionalität jetzt als erstes die Edison-Lösung. Die würde mit diesem alten Hauskraftwerk nicht kompatibel sein. Dazu braucht man eine E- oder Pro-Serie ab Mitte 2020. Das ist ganz wichtig. Aber das SCNM ist eben ein noch zu entwickelndes Gerät, das wir aber zumindest von seinen Eigenschaften her klar definiert haben. Und im Grunde handelt es sich dabei um einen zusätzlichen Wechselrichter, der zugleich eine doppelte Ladestation ist. Also mit dem ich DC und AC laden kann, mit dem ich direkt aus der Sonne DC ins Auto laden kann und mit dem ich, wenn das Auto das mitmacht, wenn das Auto dafür freigegeben ist, auch Strom aus der Autobatterie zurückholen kann. Man darf aber nicht vergessen, unser Kunde, über den wir hier reden, braucht, um so ein Gerät sinnvoll einsetzen zu können, natürlich eine weitere PV-Anlage. Also das ganze Farming macht in seinem Fall nur Sinn, wenn auch eine zusätzliche PV-Anlage dazukommt. Er könnte das auf dem Norddach machen, vielleicht auch noch auf dem Nebengebäude. Dazu müsste man sich die Bedingungen vor Ort noch einmal genau anschauen. Als reine Batterieerweiterung macht das Farming sicherlich keinen Sinn, weil ich mit dem Wechselrichter dann nichts anfangen kann. Genau. Hätte er ja noch Potenzial? Also wir reden ja immer vom Norddach. Das Norddach ist natürlich, traditionell wird es eher als problematisch eingestuft, aber wir haben auch aus einigen Analysen von Kunden schon gesehen, dass das Norddach durchaus auch an die 60 Prozent oder zwei Drittel eines Süddachs an Energie liefern kann, je nach Neigungsgrad. Das kann man natürlich hier aus der Ferne jetzt nicht einfach so sagen. Das muss sich ein Fachmann vor Ort anschauen. Wie gesagt, vielleicht gibt es aber auch noch ein Nebengebäude, weil mit einem SCNM als zusätzlichem Gerät in der Farm wären wir in der Ausrichtung vollkommen frei und könnten die PV-Anlage auch Carport, Garage oder sonst wo hinbauen und würden dann natürlich eine vollumfängliche Lösung haben. Dann könnte er auch an eine Wärmepumpe denken. Das ist eine Frage der Auslegung. Ja, in gewisser Weise schon. Die Wärmepumpe arbeitet auch tagsüber. Die ist nicht nur auf den Batteriestrom angewiesen. Von daher macht eine Wärmepumpe durchaus auch Sinn. Da kenne ich aber eben sein bisheriges Heizkonzept zu wenig, um das sinnvoll beurteilen zu können und auch den Gebäudestandard nicht. Das kann man nicht einfach so aus dem Bauch raus sagen. Ja, wie Sie gesehen haben oder gehört haben, reden wir jetzt schon für ein Prächtel über Bidirektionalität, wo er was mal in Zukunft dann auch machen kann. Und da sind wir, Herr Gutendorf, bei unserem Lieblingsbegriff, den nur wir beide im Hause E3DC so lieben wie niemand anders, den Begriff des E3DC-Biotop, was gar kein offizieller Begriff von E3DC ist. Aber das sagen wir beide ja immer. Kommt ins Biotop und dieses Biotop hält euch am Leben. Und ihr könnt irgendwann mal wieder was mit diesen Sachen machen. Und dass wir hier so sagen können, ja, der Prächtel, der könnte vielleicht eine Batterieerweiterung machen oder eine Farm machen oder wie auch immer. Oder die PV erweitern oder sogar vielleicht mal irgendwann Bidirektionalität machen. Und alles, ohne das alte Gerät wegzuwerfen oder entsorgen zu müssen oder es neu machen zu müssen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich, was ich am Anfang gesagt habe, kommt ins Biotop, kommt wieder Frosch im Teich. Der Teich hält euch am Leben. Und das ist ja eigentlich genau, glaube ich, für mich eines der zentralen Assets dieser Hauskraftwerke von E3DC. Ja, für mich auch. Letztlich funktioniert das Ganze so, weil wir gar keine alten Geräte haben. Also auch ein altes Gerät bleibt ja immer jung, weil es immer die aktuelle Software hat. Hatten wir es ja vorhin schon mal erklärt. Und aus diesem Grund funktionieren auch neue Geräte mit alten zusammen und können in dieser Farm betrieben werden. Einer hat in dieser Farm ein Gerät, hat den Hut auf und sagt, wo es lang geht. Und das andere folgt ihm und beide zusammen versuchen dann, den Energiebezug so gut wie möglich auf Null zu regeln. Und das funktioniert mit alten wie auch mit neuen Geräten gleich gut. Und somit, das ist das, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, ich kenne keine Geräte, die man aus irgendwelchen Gründen außer Betrieb nehmen müsste, sondern sinnvoll ist es halt, sie zu ergänzen. Sie sind in diesem Biotop drin, wenn man so will. Und sie haben die aktuelle Software und können jederzeit durch neue Geräte ergänzt werden. Und das ist eigentlich so das Mittel, zu dem man da in der Regel raten müsste. Genau, wie Herr Kuttendorf sagte, Sie haben eigentlich keine alten Geräte, weil die neueste Software ist noch immer drauf. Das heißt, was ich jetzt so denke, E-Mobilität, er könnte sogar einfach die aktuelle neue Wallbox, intelligente Wallbox von E3DC, könnte er so gerade einfach anstöpseln. Ja, selbstverständlich könnte er das. Das ist gar keine Frage. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, welche Überschussmengen, welche Netzeinspeisemengen zur Verfügung stehen, um diesen Strom dann auch für das direkte solare Laden zu nutzen. Aber wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie das Fahrzeug dann verfügbar ist vor Ort. Muss man sehen. Ich möchte aber bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht auch noch mal für die damalige Lösung eine Lanze brechen. Weil es hat immer so ein bisschen so geklungen, nur 55 Prozent Autarkie und der Speicher ist zu klein. Aus heutiger Sicht. Und es ist tatsächlich so, wenn man einfach mal unterstellen würde, der Herr Prechtel würde sich heute auf den Weg machen mit dem Dach, das er hat. Und er würde sagen, das ist eine Südausrichtung, das Dach ist groß, das mache ich voll. Dann hätte er vermutlich irgendwo zwischen 15 und 17 kW Peak mit modernen Modulen, ohne großartig mehr Module aufs Dach packen zu müssen. Er würde sich vermutlich eine X- oder eine Pro-Serie zulegen, hätte dann irgendwas um die 17 kWh nutzbare Batteriekapazität und würde nach allem, was wir so aus unserer Erfahrung wissen, dann locker bei 75, vielleicht sogar 80 Prozent Autarkie landen. Jetzt könnte er traurig sein, weil er diese Autarkie nicht erreicht. Aber eigentlich sollte er froh sein, weil die Leute, die nicht so früh gehandelt haben wie er, die hatten zehn Jahre Null Autarkie. Und er hat immerhin zehn Jahre 55 Prozent Autarkie. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Jetzt haben Sie schon wieder einen Aspekt, den ich bringen wollte. Wir machen schon viel zu oft Studiosendungen. Das läuft schon viel zu sehr ineinander. Also ich bringe es natürlich trotzdem als eigenen Aspekt nochmal in die Sendung rein. Herr Ostenbrink, das ist ja genau der Punkt, was wir sagen müssen. Natürlich können wir viel rumreden und sagen, jetzt ist alles Neues, Schöner, Größer, könnte man erweitern. Er ist ja schon in die Amortisation gegangen. Und während Leute heute anfangen, hat er das Gerät längst amortisiert. Und das ist auch das Schöne bei E3DC. Die Early Adapter, die haben angefangen haben, die sind die, die das größte Grinsen haben, weil die sind nämlich schon durch. Und denen steht die ganze Welt der Zukunft offen. So ist es. Und wie die Welt der Zukunft aussieht, haben wir ja eben schon angerissen. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, wo man individuell schauen kann, was passt zu mir am besten. Und womit komme ich dann nochmal einen entscheidenden Schritt weiter in der Energieautarkie und in der CO2-Bilanz meines Gebäudes und meines Lebens. So, jetzt haben wir viele Zahlen ausgewertet, meine Damen und Herren und haben auch noch Vorschläge gehabt und so weiter, was wir machen können. Aber ganz zum Schluss möchte ich einen Aspekt ansprechen, der eigentlich auch geht. Also ich meine, wir sind jetzt hier die Auswertungskönige und Ossenbrink habe ich ja schon mal als Sherlock Holmes bezeichnet, der mit der Lupe die Verbesserungen alle betrachtet. Und das ist auch richtig und das ist auch toll und deshalb machen wir diese Sendung ja hier auch und wir optimieren rum und so weiter und so fort. Aber, Herr Gutendorf, es gibt noch etwas anderes, etwas ganz Einfaches, Emotionales, was man auch sagen kann bei den ganzen Geschichten. Wir haben hier einen Kunden, der einfach so vor Ort glücklich war, wie es ist. Für ihn funktioniert das System. Das hat seit zehn Jahren, Sie wissen, wie er sagte, ich sage, haben Sie mal Probleme gehabt? Nein, nie irgendwas irgendwie gelaufen. Der denkt auch nicht mehr groß drüber nach. Der lebt einfach so mit der Technik, wie sie ist. Die funktioniert für ihn. Das ist alles prima. Er hat mir vorgerechnet, wie wenig Abschlag er nur noch hat. Der ist irgendwie völlig zufrieden. Und das müssen wir auch sagen. Das ist auch eine Option und die ist auch okay, indem man sagt, nehmt so ein System, verschwendet keine Gedankenzeit, keine Lebenszeit, lebt damit und wenn ihr glücklich seid, bleibt damit glücklich. Müsst ihr nichts nachrüsten. Kann man das auch so vertreten? Kann man absolut so vertreten. Sondern sind wir auch gestartet. Also wir haben am Anfang überhaupt keine großen Möglichkeiten gehabt, an diesem Gerät irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Wir haben gesagt, einfach installieren und machen lassen. Und damit sind wir ja zu akzeptablen Autarkiequoten gekommen und viele, viele Kunden betreiben das so. Die haben das vielleicht mal auch wegen des Designs gekauft, aber seitdem steht es im Keller und wird wahrscheinlich wenig beachtet beachtet und tut einfach seinen Dienst. Und das finde ich auch völlig okay. Und man kommt mit dieser Art der Betriebsführung, also einfach installieren und machen lassen, auch relativ weit. Also wir sind ja damals, da waren diese Autarkiequoten von 55 Prozent auf vielleicht relativ normal. Wir sind so maximal bis 70 Prozent gekommen. Und darüber hinaus muss man dann sicherlich ein bisschen den Hebel ansetzen und sagen, jetzt muss ich nochmal an meinem Verbraucher arbeiten. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch tun kann. Ich muss gucken, passt der Verbrauch zur Erzeugung und kann ich vielleicht das Gerät irgendwie so betreiben, dass es noch ein bisschen mehr Nutzen bringt. Aber das ist einfach, das ist ja ganz normal. Die ersten Prozente sind relativ einfach zu machen. Da funktioniert das Gerät einfach. Und wenn ich dann die letzten paar Prozent rauskitzeln will, das ist dann halt ein bisschen mehr Aufwand. Vielen Dank, Peter Gutendorf. Vielen Dank, Herr Ossenbrink. Herr Prechtl. Jetzt gibt es zum Schluss ein Versprechen. Gratulation, dass dieses Gerät noch läuft. Und Herr Gutendorf, zum 20-jährigen Betriebsviderium kommen wir wieder bei Herrn Prechtl vorbei. Das wäre ein Angebot. Ob er uns sehen will, weiß ich nicht. Ob es eine Drohung ist, keine Ahnung. Aber Herr Prechtl, alle bei E3DC und wir freuen uns, dass das erste S10e, das erste dreiphasige Gerät noch läuft, dass es so gut läuft. Das allererste einphasige Gerät haben wir ja auch schon in der Show gehabt. Das läuft auch noch. Wir wünschen dem ersten S10e ein langes, langes Leben. Das war Autark, das E3DC Magazin. Das ist der S10e, Vielen Dank.